...20 Jahre. Das wollen wir mit euch gemeinsam feiern. Und zwar mit diesem inklusiven Musik- und Tanzfestival. Inklusiv? Hä? Was ist das denn? Schaut auf das Transparent. Inklusiv ist das Gegenteil von Exklusion. Exklusion heißt ausgrenzen. Das wollen wir nicht. Wir haben dann versucht, Integration zu machen. Das heißt, die Menschen mit hineinnehmen, mit eingliedern. Das hat uns auch nicht gereicht. Und weltweit und europaweit kämpfen wir am Protesttag der Menschen mit Behinderung für Inklusion. Inklusion heißt, alle gemeinsam zusammen. Das wollen wir heute mit euch, mit diesem Fest feiern.